Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute mit Broker Race Option. Ich hatte 60 Sekunden, mein Chartrate beträgt 200 Euro. Ich schaue mir zuvor die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir sehen, dass wir heute wichtige News im britischen Pfund haben, in der Eurozone und dem US-Dollar. Nun suche ich mir einen Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien, 60 Sekunden. Der sieht gut aus. Australisch-US-Dollar, ich gehe rein. Mehrmals. Ich bin jetzt insgesamt fünfmal drin. Aktuell ist am Gewinn, sind alle fünf Trades im Gewinn. Ich nutze insgesamt sieben Indikatoren. Vier sind davon meine eigenen, drei Standardindikatoren. Nun geht er völlig im Gewinn. Deutlich. Wer sich für meine Strategie interessiert, findet mehr Informationen auf meiner Webseite. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Da kann nichts mehr schieflaufen. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.